Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ihr wisst ihr es, ich bin kein Anlauer oder Finanzberater und ich habe natürlich auch keine Glaskugel vor mir stehen. Ja, kommen wir wieder mal zu AMC und bleibt unbedingt dran, denn ich habe von einem User eine sehr interessante Information bekommen, auf die ich natürlich eingehen möchte und die wird jeden von euch hier auf jeden Fall interessieren. Gucken wir uns erst den Chart an, wie gesagt, es ist noch früh am Tag, aber aktuell bei AMC ein leichtes Plus, aber nicht wirklich nennenswert und bei Ape auch ein leichtes Plus. Gestern war ja wieder so ein Tag, den man lieber aus dem Leben streichen möchte, ich hatte ja gesagt, ich hätte mit oder ich würde mir wünschen irgendwie 8000% Profit oder Kursanstieg zu sehen, ist leider nicht passiert. Nein, es hat eine andere Aktie erwischt, denn Cineworld ist gestiegen, Leute und da haben sich natürlich jetzt sehr viele gefragt, warum steigt diese Aktie? Da komme ich natürlich auch gleich zu sprechen, aber bei AMC gestern wirklich sehr, 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 sehr böse wieder gewesen, obwohl es wirklich von Anfang an eigentlich relativ gut aussah, aber dem ist es halt so. Und ich lese gerade wieder vermehrt in Gruppen, alles ist blöd, alles ist schlecht, seit fast zwei Jahren ist man jetzt hier dabei und es passiert rein gar nichts. Also, wenn ich das höre, sorry, dann weiß ich nicht, was man die letzten zwei Jahre gemacht hat, denn entweder man hat hier zu viel Geld investiert oder man hat einfach überhaupt gar keinen Plan oder man ist mit zu sehr Gefühl hier dabei oder 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 oder. Denn man muss sich einfach vorstellen und das habe ich auch schon öfter mal gesagt, was haben wir die letzten zwei Jahre, knapp zwei Jahre aufgedeckt, wo befindet sich der Kurs jetzt, wo befand er sich vor zwei Jahren? Also, das ist schon ein Unterschied und ich kann es absolut wieder verstehen, wenn Leute hier rumheulen, aber wenn der Kurs eben mal um 15 Prozent steigt, sich gleich ein Lambo vorbestellen wollen. Also, das ist leider, leider Gottes immer so. Also, das ist die Psychologie des Menschen und vielleicht sollte hier der ein oder andere sich von Haus aus überlegen, ob er diese Gefühlslage, die man hier am Tag manchmal bringt, einfach mal beiseite schaffen sollte. Denn man sollte hier an der Börse allgemein einfach nicht mit Gefühl rangehen, sondern man sollte es einfach sehen als Invest, als nichts anderes und wenn es in die Hose geht, geht es halt in die Hose. So ist es halt nun mal. Also, ich kann es leider oft nicht nachvollziehen. Zum Glück ist das wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil. Aber kommen wir zu den Nachrichten und zwar, die Credit Suisse ist ja jetzt in der Vergangenheit schon öfter thematisiert worden und wir wissen alle, dass Credit Suisse ungefähr 600.000 Aktien von AMC hat. Aber dieser User, den ich gerade angesprochen habe, nochmal vielen Dank und Grüße gehen da nicht raus, hat mir den Quartalsbericht von der Credit Suisse bzw. den Geschäftsbericht von 2021 zukommen lassen. Und den kann jeder einsehen, das ist absolut öffentlich, aber kommen wir jetzt zu dem interessanten Teil, der da drin steht. Und ich glaube, darüber hat noch niemand gesprochen, geht es hier im Prinzip um folgendes. Aufgrund von Marktschwankungen und Volatilität könnten wir erhebliche Verluste bei unseren Handels- und Anlageaktivitäten erleiden. Also, dieser Geschäftsbericht muss man sich vorstellen, der wird der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, der wird den Investoren zur Verfügung gestellt und dann schreibt man das hier drin. Und das muss ich hier jetzt leider Gottes einfach ablesen. Obwohl wir uns weiterhin um die Reduzierung unserer Bilanz bemühen und bei der Umsetzung unserer Strategie in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht haben, halten wir noch immer umfangreiche Handels- und Anlagepositionen sowie Absicherung an den Anleihen, Devisen und Aktienmärkten sowie in Private Equity, Hedgefonds, Immobilien und andere Vermögenswerten. Diese Positionen könnten durch die Volatilität der Finanz- und andere Märkte beeinträchtigt werden, also durch den Maß der Preisschwankungen über einen bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Markt, unabhängig von dem Marktniveau. Jetzt wird es aber interessant, Leute, in dem Ausmaß, in dem wir uns in diesen Märkten Anlagen besitzen oder Netto-Long-Positionen halten könnten, eine Marktverschlechterung durch den gesunkenen Wert unserer Netto-Long-Positionen zu Verlusten führen. Umgekehrt könnte uns dadurch, dass wir Anlagen verkauft haben, die wir nicht besitzen oder Netto-Short-Positionen halten, einen Aufschwung in einem der entsprechenden Märkte potenziell erheblichen Verluste einbringen, wenn wir unsere Netto-Short-Positionen durch den Kauf von Anlagen in einen steigenden Markt zu decken versuchen. Marktschwankungen, Kursrückgänge und Volatilität könnten den Fair Value unserer Positionen auf unserem Geschäftsergebnis beeinträchtigen. Hä, was ist denn hier los, Credit Suisse? 2021? Ja, das ist jetzt ein Jahr her. Sie schreiben es? Also komisch. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Es geht hier sogar noch weiter. Also diesen Bericht kann man sich überall runterladen. Sie schreiben sogar von einem sogenannten Shorts-Quiz in Anführungsstrichen. Hier geht es nämlich darum, auf den Aktienmärkten kann es im Januar, Februar 2001 und bei einigen Einzelten zu starken Kursschwankungen aufgrund der beispielschlosen Aktivität von Privatanlegern, die sich auf ihre Aktien konzentrierten, indem Hedgefonds umfangreiche Short-Positionen hielten. Die Rallye dieser stark leerverkauften Aktien führte zu einem sogenannten Shorts-Quiz, der einige Hedgefonds dazu zwang, ihre Positionen schnell aufzulösen. Das Ergebnis geriet wegen Bedenken über Marktabsprachen, Anlegerschutz und den Eingehens potenziell exzessiver Risiken in den Fokus der Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus zeigte die Tatsache, dass von Privatanlegern bevorzugte Handelsplattformen beträchtliche Mengen an zusätzlichem Kapital beschaffen mussten, dass deren Aktivität zu möglichen systemischen Bedrohungen für die zukünftige Finanzmarktstabilität angewachsen sind. Als Reaktion auf das Vorkommnis haben wir unsere Überwachung potenziell von einem Short-Squiz betroffener Zielpositionen verstärkt. Leute, es ist wirklich geil. Es ist wirklich geil. Also nochmal an den User vielen, vielen Dank für den Tipp, für den Hinweis hier. Also was soll man sagen? Ich denke mal, jeder kann sich hierüber einfach sein eigenes Urteil darüber erlauben. Ja, dann auch wieder sehr interessant und zwar gibt es hier eine Ape und die hat herausgefunden, dass es unter der Adresse von Citadel hier noch eine Firma gibt und zwar AMC Traders Limited. Auch wieder sehr merkwürdig, ob das jetzt ein Autohandel ist oder keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist wirklich nicht zu fassen. Also eine Firma namens AMC Traders ist in der gleichen Adresse notiert wie eben eine Citadel Firma. Dann, gestern haben es ja viele mitbekommen, Cineworld um ein paar Prozent gestiegen. Nicht wirklich nennenswert, nur 195 Prozent. Und warum ist es so stark gestiegen? Einfach aus dem Grund, denn sie haben Insolvenz angemeldet. Dann hat ein Gericht gesagt, okay, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr euch mit den Mietern einigt, über Mietschulden und so weiter, dann könnt ihr einen Fonds aufmachen in Anführungsstrichen und hier über zusätzliches Kapital von einer Milliarde verfügen. So jetzt mal ganz schnell galopp dahinterzählt. Und das war natürlich hier der ausschlaggebende Kumpf für diesen Preisanstieg. Nichtsdestotrotz, es ist nicht logisch, denn niemand, 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 niemand würde von euch oder ich in ein Unternehmen investieren, long gehen, wenn man eben weiß, dass sie Insolvenz angemeldet haben. Das ist doch total unlogisch. Also, wenn ihr zum Beispiel wisst, euer Nachbar hat 5 Millionen Euro Schulden und er wird die auch nicht zurückzahlen können, dann werdet ihr auch nicht streamen gehen und sagen, hier, ich leite nochmal 100.000. Also, diese Offensichtlichkeit von totaler Hirnrissigkeit von dem aktuellen Börsengeschehen. Also, sorry, ich weiß es nicht, wie ich es anders noch sagen soll. Es gibt viele, die mittlerweile schon geschrieben haben, sobald AMC, egal in welcher Art und Weise hier, ja, beendet ist, wird man das normale Aktiengeschäft verlassen und da bin ich auf jeden Fall auf der Seite. Denn auch alle anderen, die hier jeden Tag irgendeinen Blödsinn sprechen über irgendwelche Aktien, denn man sollte jetzt Apple kaufen und keine Ahnung was. Leute, guckt es euch doch an. Oder wir können es ja alle angucken. Also, das, was seit einem Jahr los ist oder seit einem Jahr los ist an der Börse, da braucht mir doch keiner irgendwas hier vom Pferd erzählen. Und ja, das ist im Prinzip mein Standpunkt. Also, viele, die mich ja jetzt schon länger verfolgen, auch in meiner Community, wissen, dass ich mittlerweile sehr viele Positionen nicht von AMC oder Ape, dass ich diese mittlerweile abgestoßen habe, da ich persönlich den Aktienmarkt verlassen werde und wirklich mich nur noch auf Forks und Krypto konzentriere, beziehungsweise Krypto auch eher zweitrangig, aber eher dem Forks-Bereich. Klar, auch manipuliert, aber wenn ich sowas sehe, Leute, ja, hier gibt es viele, die sind wahrscheinlich short gegangen mit Cineworld, haben auch wieder Kohle verloren, weil plötzlich ist die Aktie mal um 200% fast gestiegen. Also, es ist der Wahnsinn, was hier los ist. Ihr seht es auch hier im Vergleich, AMC, die fundamental wirklich gut dastehen und dann Cineworld die Insolvenz anmelden. Was soll man sagen? Was soll man hierzu sagen? Also, hier braucht jetzt kein kluger Schnacker kommen oder sonst was mit irgendeiner Chartanalyse oder was weiß ich denn? Ich glaube, in der Vergangenheit ist es jetzt mittlerweile schon oft genug bewiesen worden, dass dies hier nicht funktioniert. Aber es gibt halt immer noch welche, die meinen, sie können es oder wollen es können. Keine Ahnung. In diesem Sinne, danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal.